Hallo zusammen, ich bin Brigitte Kissling und ich bin psychosoziale Beraterin und Seelsorgerin. Ich habe gestern mit meiner Freundin telefoniert und merkte, wie gut es mich wieder getan hat. Ja, eine gute Freundin zu haben ist wirklich etwas sehr Wertvolles. Und das ist auch gerade das Thema, das ich als Impulse haben darf, und zwar in der katholischen Kirche St. Josef in Dietiken. Es findet am 13. Dezember, am halb sechs Uhr abend, zum Thema Beziehung mit Freunden statt. Und ich lasse euch herzlich dazu ein, euch mit dem Thema Freundschaft auseinanderzusetzen und euch inspirieren zu lassen. Und bringt auch eigene Freunde mit, das wäre ganz toll. Es würde mich freuen, wenn ihr kommt. Und ja, wir sehen uns gleich. Tschau zusammen! Untertitelung des ZDF, 2020